Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Im Weltall hört dich niemand schreien. Oder eher noch, im Weltall hört dich niemand don't breathen. 45 Jahre nach Ridley Scotts legendärem Original ist das Alien-Franchise nun in den deutschen Kinos zurück. Ab dem morgigen Mittwoch, dem 14.8. können wir uns überzeugen, ob Alien Romulus unter der Regie von Fede Alvarez das Erbe des Franchises würdig fortführt oder eher weniger. Und das erfahren wir in diesem Podcast, den ihr hier auf die Ohren bekommt, natürlich bevor der Film in den Kinos erscheint. Also fast, also fast bevor die Ersten ihn in den Augenschein nehmen können. Aber Lirum Larum, das mache ich hier natürlich nicht alleine. Moin, ich bin der Dom und ich habe jemanden hier an meiner Seite, der glaube ich auch noch nie beim Tele-Stammtisch über Alien gesprochen hat. Moin, sinst du? Im Weltall hört dich keiner, don't breathe me. Ich muss das immer noch verdauen. Hallo zusammen. Kurze Korrektur. Er startet am 15.8. Aber am 14.8. gibt es abends die ersten Previews. Ich glaube, das wolltest du damit sagen, oder? Ach, scheiße. Scheiße, ja. Ja. Kannst du mal froh sein, dass der Onkel Zuda ist für euch, ne? Ja, wirklich. Aber ich hätte es wirklich gedacht, weil Disney hat doch so diese Angewohnheit, Filme schon irgendwie mittwochs rauszubringen. Siehe Deadpool 3, ne? Ja, wie gesagt, Alien Romulus läuft auch deutschlandweit ab dem 14.8. halt nur abends in Previews. Das heißt, wenn ihr den gucken wollt, dann könnt ihr das ab Mittwoch halt Abend tun. Oder letztlich, ob ihr ihn am Mittwoch oder am Donnerstag schaut, das ist, glaube ich, egal. Der Film ändert sich dadurch ja nicht. Hoffentlich. Ja. Okay. Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht, aber den Wortwitz musst du auch noch verdauen, okay. Ganz ehrlich, ich dachte, was kommt jetzt, aber im Weltall hört dich keiner Don't Breveen. Es ist plump, aber nicht ohne, weil es passt. Das kann man ja schon mal verraten. Also ist der Film wirklich sehr deutliche Anleihen zu Don't Breveen von Fede Alvarez. Das kann man sagen. Ja, das ist mir auch erst so auf dem Nachhauseweg bewusst geworden. Ich glaube, er hat auch sogar denselben Drehbuchautor hier mit an Bord, wenn ich mich nicht... Ja, wobei man da sagen muss, dass dieser, ich versuche jetzt nicht seinen Namen auszusprechen, der Vorname ist irgendwie Rodo. Mit ihm arbeitet Fede Alvarez seit Evil Dead und schon davor zusammen. Also die sind ein eingespieltes Team. Es ist jetzt nicht so, dass er ihn jetzt nur für die beiden Filme hat. Die arbeiten wirklich immer zusammen. Okay, ich hatte jetzt, weil ich muss gestehen, ich habe bei Fede Alvarez irgendwie immer eher Evil Dead im Hinterkopf, also das Remake, was ich ja sehr gerne mag. Und auf dem Hauseweg fiel mir ein, stimmt, der hat ja noch Don't Breve gemacht. Und die Prämisse ist erstaunlich ähnlich. Ja, ja, das stimmt. Er hat ja auch, du hast noch gesagt, er hat ja auch diesen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, hier The Girl in the Spider Web gemacht. Ja, ja. Wo ja viele gesagt haben, das ist so sein Downfall. Das ist so der erste Film, der nicht so ganz funktioniert hat. Ich muss sagen, ich fand den okay. Ich bin aber auch kein großer Anhänger dieser Millennium-Reihe und würde ihn jetzt auch nicht so hochheben, aber auch nicht so runterstufen. Aber es war schon so, dass nach dem Film viele sich gefragt haben, ist die, das goldene Zeitalter von Fede Alvarez, ist es vielleicht vorbei? Und mal gucken, vielleicht ist Alien Romulus ja wieder eine Rückkehr zu alten Stärken oder vielleicht begräbt er ja damit seine Karriere. Wir werden es herausfinden in diesem Podcast. Ja, und was könnte sich besser eignen für so Hit or Miss als das Alien-Franchise, was ja schon immer so ein bisschen in dieser Tradition gestanden hat? Bevor wir uns aber dem eigentlichen Film widmen, widmen wir uns eben dieser Alien-Reihe und wie wir dazu stehen, weil ich meine, wir, also ich habe auf jeden Fall noch nicht zu Alien gemacht. Ich habe etliche Sachen zu Star Wars gemacht, aber nicht zu Alien. Bei dir sieht es, glaube ich, ähnlich aus, nur ohne Star Wars, ne? Also ich habe schon sehr viel und sehr oft über diese Reihe geredet. Ich weiß jetzt aber gerade auch nicht, ob das jemals aufgezeichnet wurde, also der Nachwelt erhalten gemacht wurde. Ich glaube nicht, ist vielleicht auch besser so. Aber ich bin gerne gewählt, jetzt hier zu verraten, wie ich zu dem Franchise stehe. Aber ich möchte ja nicht uneingeladen damit beginnen, deswegen, ich spiele den Ball einfach zurück und frage erstmal dich, Dom, wie stehst du denn zum Alien-Franchise? Ach Gott, wie stehe ich zum Alien-Franchise? Es hat sich so über Jahre aufgebaut. Also den ersten Teil habe ich mittlerweile lieben gelernt, absolut. Der ist für mich ein Meisterwerk. Und ja, ich habe vor einigen Wochen den Rewatch gemacht, der gesamten Reihe, weil ich auch irgendwie ein bisschen angefixt war von Romulus und auch Alien Isolation, was ich mir für die Switch geholt hatte. Und ja, ich habe dann auch zum ersten Mal, ich glaube, da hatten wir auch drüber gesprochen auf Mike, ich habe zum ersten Mal den James Cameron-Film jetzt auch ganz und gar ins Herz geschlossen. Und mag insgesamt die Reihe auch. Die Ridley-Scott-Filme finde ich jetzt auch nicht ganz so schlecht wie ihren Ruf. Ja, aber es ist, also es ist schon ein interessantes Franchise, das kann man festhalten. Zumindest die ersten vier Teile, weil wirklich keiner dem anderen gleicht wie der davor, würde ich sagen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, das Faszinierende an dem Alien-Franchise ist, es gibt kaum ein Franchise, wo sich die Stimmen so einig sind, wenn es darum geht, so die ersten beiden Teile sind toll. Da kann ich auch nichts gegen sagen. Der erste Teil ist ein Meisterwerk, der ja auch, was ich immer vergesse, auch Sachen vorweggenommen hat, die dann ein Jahr später erst eingeführt wurden. Also es gibt ja im ersten Teil auch diese Point-of-View-Passagen, die sogar so ein bisschen an Found-Footage erinnern, wenn sie so dieses Raumschiff betreten. Und wenn man bedenkt, dass dieses Found-Footage ja erst ein Jahr später mit Cannibal Holocaust so richtig eingeführt worden ist, kann man auch sagen, dass der erste Alien auch wirklich in mehreren Aspekten wegweisend war. Gerade auch, was die Stilistik angeht, also ich finde, dass das Thema Industrialisierung und Alien auch so Hand in Hand geht, was jetzt auch wieder bei Alien Romulus auftaucht, ist halt wirklich so dieses, dass der Mensch an sich gar nichts zählt, aber darüber werden wir dann vielleicht gleich weiterreden. Der zweite Teil, ich weiß, als ich hier das erste Mal geguckt habe, war ich ein bisschen erschrocken, wie sehr der sich schon abhebt, weil der ja schon auch ein Horrorfilm ist, aber deutlich actionreicher ausfällt. Weil der erste Teil ja dieses Alien so als unzerstörbares, unaufhaltsames Wesen etabliert hat und der zweite Teil ja dann schon klar macht, die Viecher sind gefährlich, aber schau mal, mit genügend Blei kann man die auch aufhalten. Ich kann verstehen, dass das Leuten nicht so schmeckt, muss aber sagen, der zweite Teil ist trotzdem unglaublich gut inszeniert, hat unglaublich tolle Sequenzen und ist schon ein Meisterwerk. Ich würde, glaube ich, ihn innerhalb des Franchises auf den zweiten Teil auch ranken, also da ist der erste Teil dann doch für mich ein Stückchen zu groß. Ja, und danach Teil 3, ich möchte jetzt nicht das Fass aufmachen, was bei Teil 3 alles schiefgelaufen ist. Ich finde halt Teil 3 ist unglaublich interessant und spannend und mag ihn auch, auch wenn David Fincher das anders sieht. Der vierte Teil, den habe ich, der hat so einen besonderen Platz in meinem Herzen, Guilty Pleasure, den Ausdruck mag ich einfach nicht, aber ich habe den Film halt damals im Kino geguckt und deswegen ist das so ein besonderer Film in meinem Herzen. Und ich kann so viel sagen, ohne zu genau darauf einzugehen, aber in Alien Romulus gibt es einen sehr deutlichen Verweis auf den vierten Teil. Oh ja. Und danach Alien, also Prometheus mochte ich, ja ich weiß, die benehmen sich da dumm wie scheiße, aber Leute, der Film ist atmosphärisch trotzdem eine Wucht. Alien Covenant, mit dem konnte ich nie sowas richtig anfangen. Aber insgesamt, wenn ich so dieses Franchise als Gänze betrachte, ist es ein unglaublich vielseitiges und spannendes Franchise, vor allem, weil du halt merkst, jeder Regisseur hat so seine eigene Handschrift da mit eigenfließen lassen. Okay, jetzt, David Fincher würde jetzt protestieren gegen diese Aussage, aber sei es drum. Da würde ich, da würde ich wiederum gegen protestieren, weil man kann davon halten, was man will, aber David Fincher, auch wenn du es nicht gerne hörst, der Film trägt deine Handschrift und das muss man auch erstmal hinkriegen. Genau, genau. Ich glaube, deswegen fand ich die letzten oder den Covenant so ein bisschen schwächer, weil der halt wieder sehr deutlich wirkt, auch so ein bisschen wie Prometheus und war deswegen jetzt sehr gespannt, was Alvarez macht, weil der hat ja mit Evil Dead und Don't Breathe auch schon gezeigt, dass er Atmosphäre erzeugen kann. Ja, das war jetzt ein sehr langer Monolog zum Thema, wie ich zum Alien-Franchise, ich mag das Alien-Franchise, ich glaube, ich hätte es so abkürzen können, ja. Ja, ich habe es versucht kurz zu halten und du machst so ein Roundup, aber vielleicht ist das auch gar nicht verkehrt bei diesem Film, weil Roundup ist so ein bisschen so ein Stichwort, glaube ich, ne? Also du hast ja gerade eben auch schon gemeint, er referiert den vierten Teil und damit hört es nicht auf in diesem Film. Ich kann noch, zum ersten Teil kann ich auch nur, weil du gerade eben auch so auf verschiedene Lesarten angespielt hast, ich kann da sehr die, glaube ich, halbstündige Filmanalyse von Wolfgang M. Schmidt empfehlen, die ich gestern auf dem Hinweg zur PV als Podcast gehört habe. Ich weiß, du schaust den Kanal, glaube ich, nicht mehr, aber die war wirklich gut. Also dann kann ich noch was anderes empfehlen, unsere werte Kollegin Melanie, Melanie Carley auf YouTube, hat, glaube ich, auch mittlerweile alle Alien-Filme rezensiert und die kann man auf jeden Fall auch mal sich ansehen oder anhören, was die werte Frau zu dem Franchise zu sagen hat, die gerne auch jetzt hier mitgekrasert hätte, aber leider hat sie es nicht zur Presseauführung geschafft, aber ja, das ist meine Empfehlung. Melanie Carley unterstützt Leute vom Telestammtisch. Ja, Melanie Carley auch unter dem Gesichtspunkt einfach interessant. Ja, eine Anfang 20-Jährige schaut diese ganzen Klassiker, also nicht nur Alien, sondern auch noch andere, also auf jeden Fall gerne mal reinschauen, ist sehr, sehr interessant innerhalb dieser Betrachtungsweise. Ja, wir hatten ja gerade eben schon, also relativ am Anfang haben wir eigentlich schon Feder Alvarez angesprochen, das war ja durchaus vielversprechend und ich muss sagen, die Trailer hatten mich auch echt angefixt. Wie war's bei dir? Ich war so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mir so auf der einen Seite dachte, okay, der Alvarez, der kann, wie ich schon sagte, Atmosphäre, aber auf der anderen Seite dachte ich mir so, braucht man einen neuen Alien-Film? Auf der anderen Seite braucht man überhaupt einen neuen Film von irgendeinem Franchise? Und die Trailer, ich hab nicht alle Trailer gesehen, aber die sahen alle vernünftig aus und deswegen bin ich halt reingegangen in den Film mit der, mit keiner spezifischen Erwartungshaltung. Durch die FSK-16-Freigabe war mir halt schon klar im Vorfeld, der wird jetzt da nicht so rumsuppen wie bei Evil Dead, das würde aber auch, glaube ich, nicht zum Franchise passen und dementsprechend hab ich mich einfach reingesetzt und hab der Dinge gehadert, die da kamen und ich sage es gleich vorweg, ich finde, dass der Film einen Einstieg bietet, der dir schon relativ klar macht, was sich erwartet, weil wir, das wird ja verraten, auch, das wurde auch im Vorfeld verraten, der Film spielt ja zwischen den ersten beiden Teilen, das macht ja am Anfang auch klar, weil wir halt sehen, wie es dazu kommt, dass es Aliens gibt in diesem Film und was ich so toll fand am Einstieg ist, dass er recht bedingungslos einfach Stille zulässt, also wir sehen sehr lange das, das Schmerzen des Weltraums, wir sehen ein Raumschiff und wir sehen halt, dass dieser Ausdruck im Weltraum hört sich niemand schreien, also diese Lautlosigkeit und das hofiert er, das lässt er auch wirklich zu, man kann ja schon mal sagen, der Film ist danach wirklich sehr, 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 sehr selten sehr, sehr leise, der ist eher krachend und laut, aber der Anfang, ich saß da wirklich und dachte, okay, ihr referiert gerade durchgehend den ersten Alien, aber das macht ja echt ganz gut, also dieser Einstieg hat mich in eine Stimmung versetzt, die mir sehr zugesagt hat, wie war es da bei dir? Mir ging es genauso, also ich war die erste halbe Stunde wirklich sehr, sehr positiv angetan, das fängt schon damit an, dass die wirklich den Look gut getroffen haben, gerade der Auftakt ist wirklich im besten Sinne retro, also sehr bedächtig, also wenn man sich jetzt halt an Ridley Scotts ersten Alien erinnert und der mag aus heutiger Sicht auch ein bisschen zu entschleunigt sein für moderne Sehgewohnheiten, aber das reproduziert Feder Alvarez hier wirklich sehr gekonnt und die Optik generell, also klar, man sieht natürlich, dass es ein moderner Film ist, aber so das ganze Design, das ist wirklich im besten Stil dieser ersten Filme, also der ersten beiden Filme, die ja wirklich so, ja, Ende 70er, Anfang 80er einfach sind, beziehungsweise das zeigen, wie man sich zu der, um die Zeit herum die Zukunft vorgestellt hat. Ja, also da kann ich schon mal gleich mit einem der größten Pluspunkte dieses gesamten Films halt offenbaren, zumindest für mich, ey, der sieht halt einfach fantastisch aus, also es gibt einen Punkt, wo er nicht fantastisch aussieht, über den werden wir wahrscheinlich gleich ein ausführlicher Perfektion sprechen, Aber bis auf diesen einen Punkt, meine Fresse, sieht dieser Film einfach gut aus. Der hat dieses Haptische, der wirkt einfach immer so echt, egal ob du jetzt in einer Raumstation bist, in einem Raumschiff oder wie zu Beginn in diesen Minen, das wirkt alles wirklich echt, das wirkt immer so, als ob du es wirklich anfassen kannst. Überall hast du diesen Rost, diese Rohre, diesen Dampf, diese Gitter, also man merkt schon sehr deutlich, dass Alvarez den ersten Alien geguckt hat und wirklich in Perfektion wirklich sich diese Design-Elemente genommen hat und sie jetzt für seinen Film benutzt. Und das kann man natürlich jetzt sagen, der Film wirkt wirklich wie ein, um es böse zu sagen, Imitat, aber wie ein gutes Imitat. Das ist kein Film, wo du jetzt sagen würdest, du siehst sofort, das ist dein Fede Alvarez-Film, aber du siehst sofort, das ist dein Alien-Film. Und das muss man auch erstmal schaffen. Und als ich den gestern geguckt habe, dachte ich mir, ich glaube, diesen Film kann man sehr gut beschreiben mit der Bezeichnung Fan-Film. Und das ist jetzt wirklich als Kompliment gemeint. Du merkst, das ist ein Film von einem Menschen, der die Alien-Filme toll findet, der sie mag und jetzt versucht hat, so seinen eigenen Film zu erschaffen. Und das hat er relativ gut gemacht, finde ich. Und das kombiniert er dann natürlich auch mit, ja, ich sag's gerne wieder, Don't Breathe. Also der Film fängt an und die Prämisse, die Grundprämisse erinnert doch sehr an seinen Vorgänger-Film. Ich glaube, von 2016 ist der, ne? Für alle, die den nicht gesehen haben. Das geht auch, glaube ich, darum, dass irgendwie ein paar jugendliche Kids sich irgendwie einen Spaß draus machen, in das Haus von einem blinden Nachbarn einzubrechen. Gespielt von Stephen Lang, bekannt aus Avatar. Und ja, der dann anfängt, dagegen aufzubegehren, sagen wir es mal so. Da ist ja, glaube ich, so die Prämisse gewesen. War das die Tagline des Films? Ich glaube, im Dunkeln ist der blinde König oder sowas, ne? Irgendwie sowas, ja. Irgendwas war da, ja. Das ist korrekt, nur was halt eben noch wichtig zu sagen ist, was in Don't Breathe und in Alien und Romulus auch gleich ist, sie machen das ja nicht aus Spaß. Sie machen das ja, weil sie wirklich etwas klauen möchten. Und das tun sie nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie eben hoffen, dadurch an Geld zu kommen und damit halt eben ihrem Alltag zu entkommen. Und in Don't Breathe ist es halt eben ein Alltag, der, ja, voll ist mit Entbehrungen und Armut. Und das kann man sagen, ist halt in Alien und Romulus genauso. Denn unsere Hauptheldin Rain, gespielt von Kelly Spinney, die lernen wir auch kennen, gerade wo sie glaubt, sie kann ihrem Alltag jetzt entkommen, weil sie jetzt jahrelang geplackert hat. Und dann aber, ja, damit konfrontiert wird, nö, du kommst hier nicht, du musst jetzt hier weiterarbeiten und sich ja dann dazu entschließt, bei dieser, ich nenne es mal, Mission mitzumachen. Und das ist schon eine sehr interessante Motivation, weil diese Motivation ist sehr einfach, sehr simpel gehalten, aber sie funktioniert. Und dazu kommt ja noch, dass Rain, so heißt unsere Hauptheldin, ja nicht alleine ist, sondern sie hat, und das ist für mich auch ein, kommt ein, glaube ich, interessanter Aspekt dieses Films, sie hat ja einen, wie sie ihn nennt, Bruder namens Henry, gespielt von David Johnson. Und Andy, ich habe immer Handy verstanden, weil der ja auch im Laufe des Films den Namen wechselt. Warum, das müssen wir, müssen wir jetzt hier nicht genau erklären. Und es wird nicht verraten im Trailer, aber ich glaube, das können wir hier trotzdem sagen, Andy ist ja ein artifizieller Mensch, ein Androide. Ja. Genau wie jetzt Ian Holm in Teil 1 oder Michael Fassbender in den letzten beiden Teilen. Seine Direktive war ja auch immer, dass er auf Rain aufpassen sollte. Und das Schöne ist halt, dass er halt so, ich sag mal, naiv dargestellt wird von David Johnson, dass man, dass er was Kindliches hatte. Und dieses Duo hat für mich wunderbar funktioniert. Wie war es da bei dir? Ja, würde ich mich anschließen. Ich mochte, ich mochte das tatsächlich, dass wir sehr unmittelbar in diesen Plot reingeworfen werden. Also diese Figuren, die werden auch nicht großartig eingeführt. Das ist wirklich wie in so einem Genre-Film. Also ich meine jetzt bei einem Slasher oder so oder Teenie-Slasher, da werden jetzt auch nicht groß irgendwie Figuren charakterisiert. Und der Großteil ist nun mal Kanonenfutter. Aber ich mochte, dass wir so reingeworfen werden und dass wir auch so direkt so diese, ja, das hat mich so ein bisschen an den, es mag jetzt vielleicht eine komische Referenz sein, aber es hat mich ein bisschen an den Han Solo-Film erinnert. Und der am Anfang ja auch so eine bürgerliche Arbeiterperspektive irgendwo zeigt. Und dann auch so der Einfluss der großen Konzerne oder des Imperiums dann in dem Fall. Also hier dann natürlich Weyland-Yutani. Und das mochte ich. Da hätte ich gern sogar noch mehr von gesehen. Aber der Film verliert da auch nicht sonderlich viel Zeit. Und ich muss sagen, das hat, also in so einem Genre-Rahmen hat das für mich sehr gut funktioniert. Und auch jetzt im Hinblick auf die Auftakt-Szene, die ich jetzt gar nicht so weit ausführen will, ich war da wirklich drin. Ich dachte mir so, wow, Alien is back, baby. Das war wirklich, wirklich gut, stimmungsvoll. Ich mochte auch, also viele haben sich, Kollegen haben nach der PV gemurrt über den Score von Benjamin Wallfish. Ja, der war durchaus aufdringlich und es hat auch, man merkt, das ist derjenige, der auch die S-Filme vertont hat. Aber ich mochte das, ich mochte generell auch das Sounddesign. Und Benjamin Wallfish, ich weiß nicht, ich will natürlich nicht spoilern, was das für Szenen waren. Aber der wagt hier durchaus auch mal was Frisches, was so Klanggestaltung angeht. Ich bin halt bei Soundtracks einfach raus. Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, das Sounddesign ist wuchtig und du merkst auch, wenn irgendwas passiert. Aber der Soundtrack oder die Musik ist mir weder positiv noch negativ aufgefallen. Was für mich einfach ein gutes Zeichen ist, dass es genau das intendiert wurde, was halt, nämlich dass sie dazu gepasst hat. Sie war einfach eins des Films. Es war jetzt nichts, was sich irgendwie besonders rauskristallisiert hat. Es war ein Element, wenn du so willst, der Film als Ganzes. Eine Kombination aus Bewegung, Musik und Bild. Audiovisuelle Perfektion nennt man sowas gerne mal. Ja, oder so, genau. Das liegt doch besser, da hast du recht, ja. Ja, hin und wieder habe ich meine Momente. Was ich halt auch so toll fand, dass der Alvarez auch immer so Kleinigkeiten findet, um das alles auch so haptisch wirken zu lassen. Als Beispiel, wir sehen halt, dass auf diesem Planeten, die arbeiten halt in der Mine und da siehst du halt zwischen Raumschiffen Leute rumgehen, die wie alte Minenarbeiter so Vögel in Käfigen mitnehmen nach unten. Und das, das macht so Sinn. Stimmt, ja. Das wirkt auch wirklich wie, also wie so eine Verdichtung der Industrialisierung. Also man merkt auch, dass der Mensch an sich in dieser Welt nichts wert ist. Und das kriegt er auch gut auf den Punkt. Ja, es ist ein Auslaufmodell. Also das, das zeigt ja schon die, also die ersten vier Alien-Filme, die zeigen das ja wirklich aufgekrönt dann durch die Wiedergeburt von Jean-Pierre Genet, wo eigentlich praktisch keine Menschlichkeit mehr existiert irgendwo. Oder auch schon in dem Vorgänger von Fincher. Ja, wir hatten es, warte mal, ich bin mal kurz raus, warte. Wo man ja ein bisschen Bedenken haben konnte. Ich meine, es ist ja nicht nur einfach die Rückkehr des Alien-Franchises unter jetzt mittlerweile 20th Century Studios. Und da spreche ich schon mit an. Das ist ja nun mal der erste Film des Franchises unter der Fuchtel von Disney. Der ursprünglich ja auch ein Streaming-Film sein sollte. Das darf man auch nicht vergessen. Ich wollte, glaube ich, schon während der Produktion oder noch davor geändert, aber ursprünglich wollten sie ihn ja wirklich zu so einem Hulu-Disney-Plus-Film machen. Okay, das, im Nachhinein überrascht mich das nicht, sagen wir es mal so. Der wird ja auch, also nachdem er dann eine Weile im Kino war, wird er ja auch relativ schnell dann im Stream landen, früher oder später. Also, ich könnte mir vorstellen, dass er zumindest schneller im Stream landet als Deadpool 3. Aber ja, aufgrund dessen konnte man ja durchaus auch ein bisschen skeptisch sein. Ähm, auch im Hinblick darauf, dass Feder Alvarez halt jemand ist, der aus so einem, ja, doch irgendwie schon ranzigen Genre-Kino eher kommt. Und in der Hinsicht kann man durchaus Entwarnung geben. Also, äh, der Film ist jetzt, meines Erachtens, der ist jetzt kein Gespratze, äh, äh, ohne Ende à la Evil Dead. Und, das war auch irgendwie klar. Aber er ist auch definitiv nicht weichgespült, ne? Das kommt halt immer darauf an, ne? Also, ich, ich kenne Leute, für die ist selbst Romulus, glaube ich, zu viel. Ähm, aber wenn man halt die anderen Alien-Filme gesehen hat, dann weiß man, was einen da erwartet. Es gibt ein paar blutige Effekte. Ähm, es gibt sogar gegen Ende so einen Moment, wo ich mir denke, okay, da, äh, da will auch vielleicht Feder Alvarez ein bisschen provozieren. Wobei, da der diesjährige The First Omen, was auch Ähnliches geliefert hat und da auch ein bisschen expliziter wurde. Aber an und für sich ist das, ja, FSK 16, finde ich, passt da super. Und du wirst da, glaube ich, letztlich, wenn du dich mit dem Franchise aussiehst, nicht sehen, was das Gewaltlevel angeht, was dich jetzt wirklich überrascht. Das ist alles, ja, äh, genauso, wie es zu erwarten war. Aber wie gesagt, wenn du jetzt eh kein Kunstblutkonnoisseur bist, dann wirst du ja auch garantiert die eine oder andere Szene, äh, entdecken, die dann auch zu viel für dich ist. Ja, es ist auch, ähm, also ich hatte schon das Gefühl, dass es wieder mehr einen, einen wirklich einen Horror, also wirklich Sci-Fi Horrorfilm ist, als jetzt zum Beispiel, äh, Prometheus oder, oder Covenant. Ja gut, Covenant schon eher so, aber Prometheus ist ja wirklich schon eher so ein, so ein, so ein Pionier-Abenteuer-Ding, was sich ja durchaus auch an dem, an dem Mark irgendwo, ne. Ähm. Vor allem, man kann ja auch den letzten, zu den letzten, äh, schon Alien-Filmen von Scott sagen, was man will, aber sie hatten ja zumindest versucht, so eine Art, äh, philosophischen Kontext mit einzuweben. Ähm, ähm, ja. Den findet man hier, glaub ich, nur, wenn man wirklich mit gutem Willen und einer großen Lupe sucht. Also das ist wirklich, also Romulus ist ein Film, der effektiv darauf aus ist, als Unterhaltungsobjekt wahrgenommen zu werden. Ja, und, äh, du, du hattest es ja schon angesprochen, der ist angesiedelt zwischen Alien 1 und 2 und, äh, ja, dieser Zeitraum kommt, äh, Kennern des Franchises vielleicht bekannt vor, denn ich hatte es ja gerade eben schon mal am Rande erwähnt, äh, und, äh, ich muss sagen, ich hatte auch so gewisse Hoffnungen, dass zumindest, äh, also das, äh, 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 Franchise-Game Alien Isolation von 2014, äh, dass das so ein bisschen passt, Pate gestanden haben könnte und die Trailer haben es dann bei mir, also haben bei mir so die Hoffnung steigen lassen, äh, hast du es eigentlich gespielt? Äh, ich hab's mal angespielt, also jetzt nicht besonders intensiv, aber ich hab's angespielt, es ist ein sehr gutes Spiel, ein sehr gutes Spiel auch für alle Leute, die irgendwie auf Twitch unterwegs sind, weil es halt damit spielt, dass du halt erschrocken wirst, wenn plötzlich das Alien da irgendwie hinter oder vor dir steht, ähm, ich würd's jetzt nicht so hart sagen, dass das jetzt wirklich explizit Pate stand für diesen Film, weil letztlich ja auch Alien Isolation eigentlich den, das Alien-Franchise wirklich auf dieses, auf das eine runterdampft, nämlich das Finale aus dem ersten Teil, du alleine und das Alien und du musst halt versuchen irgendwie entweder es, äh, kaputt zu machen, was schier unmöglich aber ist, wenn du keine Waffen hast oder halt eben, dass du dich versteckst oder halt eben irgendwie sonst wie entkommst. Mhm. Ja, also, also ich hab's, ich hab's ja, äh, gespielt jetzt letztens auch nochmal, äh, es ist schon, also da, da braucht man schon Nerven, bei, bei dem Spiel sag ich wirklich immer gerne, es gibt kein Game, wo ich so lange in irgendwelchen Schränken oder unter, unter Tischen gehockt habe, äh, um mich vor dem Alien zu verstecken und, äh, spielt das, spielt das, spielt das mal in, in Nightmare, das ist schon, das ist schon, das geht, das geht an die Substanz, man braucht ja echt Nerven für, das, das durchzuzocken. Äh, ich muss sagen, ich hab jetzt hier im Film selber, also ich hab, ich hab schon gewisse Vibes davon gehabt, das liegt aber, glaube ich, eher daran, dass, äh, Alien Isolation sehr auf dem ersten Scott-Film und dessen Atmosphäre aufbaut, ne, also, ich glaube nicht, dass das hier eine direkte Inspiration gewesen ist. Nee, also, die, die direkte Inspiration ist ganz klar der erste Alien von 79, ähm, ich würde sagen, wenn Romulus dann mal Action-Szenen hat, er hat nicht so viele, aber er hat ein paar, dann stand ganz klar Camerons Aliens-Parte, aber ansonsten vom Look, vom Feel her, ey, das ist einfach, wie ich schon sagte, ist ein Fan-Film, also, da hat einfach jemand, äh, versucht, ähm, ja, den ersten Alien zu huldigen und das hat Peter Alvarez halt jetzt mit Romulus getan. Ja, und nicht nur dem ersten Alien, wir hatten's ja schon mal, äh, angemerkt, ähm, oder man, man merkt's ja auch, also, ich glaub, wir haben jetzt nahezu irgendwie, äh, beide jeweils mindestens ein Element rausgesucht und das verknüpft mit einem, äh, der anderen Franchise-Filme und ich glaube, das ist so wirklich Programm, also, mit zunehmender Laufzeit hab ich mir wirklich gedacht, das könnte jetzt hier eigentlich, weil du ja auch schon Fan-Film jetzt öfters erwähnt hattest, es hat mich mitunter wirklich bald, also, insbesondere gegen erinnert, es mich wirklich fast schon so an so YouTube-Fan-Compilations erinnert. Ja, wobei, das klingt halt alles so negativ, so meine ich das halt gar nicht, also, ähm, es gibt Sachen an dem Film, die haben mich gestört, es gab ein Element, das hat mich massiv gestört, das müssen wir auch gleich wirklich benennen, ähm, ja. Aber an und für sich war ich sehr, also, ich war überrascht, wie gut der mir gefallen hat, der Film, ähm, was ich, klar, was der immer wieder hat, der hat immer wieder so Referenzen, ähm, ein paar, die ich ganz, ganz nett finde, ein paar, die auch jetzt nicht weiter stören, es gibt so einen Moment, wo ich mir dann auch dachte, okay, ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich hab ihn gefeiert, aber letztlich ist das dann doch wieder so ein bisschen arg, äh, ja, so, Vater-Fanservice, also, es gibt halt einen Moment, wo dieser legendäre Spruch, lass die Hände von ihr, Bitch, ja, äh, kommt, und die Szene an sich ist schon toll, aber ich dachte mir auch so, ah, Leute, das hättet ihr gar nicht notwendig gehabt, ähm, aber insgesamt, finde ich, macht er den Fanservice, das ist auch so ein Wort, was mittlerweile echt totgeritten ist, aber er, er kriegt den Fanservice meiner Meinung nach meistens relativ gut hin, meistens. Ja, es ist so, ich, ich muss sagen, ich hab auch, äh, auf der, also, ich hatte auf der Rückfahrt sehr viel Zeit, drüber nachzudenken, und irgendwie ist das so ein bisschen, also, man, man kann schon sagen, der steht so ein bisschen in der Tradition von Legacy-Sequels, äh, äh, jetzt irgendwie Richtung Star Wars Force Awakens oder so, das muss jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein, aber man merkt da doch schon sehr, finde ich, den, den Einfluss auch, und eben, ja gut, wir, wir leben halt im Moment in dieser Zeit, in dem halt IPs alles sind, und, äh, ich bin auch ganz ehrlich, hatte ich ja, glaube ich, gerade auch schon zu dem Vorgespräch gemeint, ich war am Ende des Films wirklich am überlegen, teasern sie jetzt hier eine Fortsetzung an, oder die Disney-Plus-Serie, die ja nächstes Jahr, glaube ich, kommen soll, ne, von, äh, da bin ich ja durchaus gespannt auch auf die Noah Hawley-Serie, ähm, ja, äh, was man noch, äh, definitiv erwähnen kann, du hattest ja schon, äh, von Kunstblut gesprochen, ähm, der Film ist auch erstaunt, also, haptisch hattest du ja auch schon erwähnt, der ist, da ist schon einiges handgemacht, tatsächlich, ne, das hatte Fede Alvarez ja durchaus in Aussicht gestellt, und, äh, ja, manches ist, äh, äh, auf jeden Fall practical, und, äh, ja, es kommt natürlich auch CGI zum Einsatz, aber das ist mir bis auf einen Aspekt, über den wir gleich unbedingt sprechen müssen, äh, nicht wirklich negativ aufgefallen. Pass auf, ich sag's mal ganz ehrlich, bis auf diesen einen Aspekt, finde ich, war Alien Romanus einer der schönsten Filme, die ich dieses Jahr gesehen hab, einer der schönsten Blockbuster, und ich weiß, schön jetzt wird in Anführungszeichen gesetzt, weil es ist jetzt keine, ne, keine, keine Blumenwiese, die wir hier sehen, aber der Film wirkt, bis auf diese eine Ausnahme wirkt der, da wirkt alles greifbar, du hast wirklich das Gefühl, die sind wirklich gerade im Raumschiff, du hast das Gefühl, du hörst, oder du merkst die Schwere, wenn diese Tür sich dann automatisch schließt, du merkst wirklich fast alles, was sich bewegt, dass das auch wirklich echt da gewesen ist, und selbst die Sachen, die halt getrickst worden sind, und ich nehm zum Beispiel an, dass diese Dutzenden von, äh, Facehuggern nicht echt waren, aber das funktioniert alles, das wirkt alles echt, das, äh, das haben sie schon gut gemacht, und gerade deswegen, weil der Film zu, ich sag mal, 97 Prozent, unglaublich echt, authentisch, haptisch wirkt, ist es halt gerade, dass dieses eine Element, was ja durchaus ein wichtiges Element ist, und da merkst du halt einfach, das kommt aus dem Rechner, da merkst du einfach, das ist nicht echt, und vor allem, was mich halt wirklich wurmt, es hätte halt so nicht sein müssen, es ist letztlich nur drin, damit du als Alien-Fanboy-Fangirl dir auf die Schulter kloppen kannst, und sagen kannst, so, ich weiß, was sie damit, was sie damit meinen, ich weiß, wer das, oder er, oder sie, oder ich möchte jetzt hier genau, was das ist, und warum das da ist, du hättest das nicht machen müssen, du hättest das ganz einfach umändern können, indem du einfach sagst, wir etablieren dafür als Beispiel eine neue Figur, Punkt, da hättest du diesen ganzen Stress nicht gehabt, und, nicht falsch verstehen, ich, ich fand's ja irgendwie auch schön, dass sie das irgendwie so ein bisschen hofieren, aber es machte mir den, den Film mich komplett kaputt, aber jedes Mal, wenn dieses eine Element, was so ab der Hälfte auftaucht, drin ist, hat es mich jedes Mal rausgerissen, weil es halt wirklich wirkt wie ein blauer, glitzernder Klecks auf einer schwarzen Leinwand, es ist so, es ist so wie dieser, der eine, der, 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 du hast bequeme Schuhe an, aber du hast diesen einen kleinen Stein in deinem Schuh, und der, wie gesagt, er versaut hier nicht das Gehen, aber es, es, es macht's trotzdem unschöner, und, ähm, ich, ich, ich war wirklich, und das bin ich normalerweise selten, aber ich war stellenweise wirklich ein bisschen sauer, weil ich dachte, das kann nicht euer Ernst sein, ihr habt so einen wunderschönen Film, der visuell, audiovisuell, aus einem Guss ist, der so betörend ist in seiner Welt, der so düster ist, und dann kommt ihr mit so einem, pardon, Scheiße umher, und das letztlich, und das kann mir keiner klar sagen, dass es nicht so ist, letztlich wurde das nur gemacht halt eben bei, guck mal hier, wie aus dem ersten Teil, und das ist echt, das ist schade, weil das, das hätte nicht sein müssen, oder siehst du das anders? Nee, wir sind da einfach wieder an dem Punkt mit, äh, Member Berries, äh, Fanservice, Franchise, äh, Kalkül, also, äh, wie gesagt, ich hatte, ne, Stichwort Post-Credit-Szene, und, äh, kann ich das hier spoilern? Der Film hat keine. Und da, äh, war ich, äh, positiv überrascht an der Stelle, weil ich hätt's Disney wirklich zugetraut. Er ist recht angesichts, äh, dieser, leider muss man sagen, wirklich erzwungenen Elemente. Ich meine, äh, man muss ja sagen, ähm, dieser Art von Fanservice, also, Fanservice, würd ich sagen, ist in dem Film relativ früh schon vorhanden, äh, also wirklich fast schon ganz am Anfang, und das steigert sich dann so Stück für Stück bis so etwa zu diesem Peak, wo dieses eine Element kommt, was wir jetzt wahrscheinlich noch zehnmal hier anteasern werden, ähm, und dann gegen Ende musste ich sagen, also, das hab ich auch bei den Kollegen in der PV gemerkt, äh, du hattest ja grad schon diese, diese, dieses Bitch-Zitat in den Raum geschmissen, äh, manche Kollegen saßen da wirklich so, na komm, jetzt sag schon, jetzt sag schon, oh, jetzt kommt das, und jetzt kommt das, und, äh, da muss man ganz klar sagen, ähm, der Film ist handwerklich toll gemacht, auch gut inszeniert, wobei ich sagen muss, dass ich mich nie so richtig erschrocken habe, tatsächlich, okay, einmal, einmal so ein Jumpscare, bin ich ein bisschen zusammengezuckt, aber der Kollege Martin hat's nicht gemerkt, schöne Grüße, ähm, oder vielleicht doch, keine Ahnung, äh, aber, äh, ja, er ist halt, ja, wie, 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 wie soll man das sagen, er hat wirklich nicht viele frische Ideen, leider, und die, die er hat, die wirken oft wie Variationen von dem, was schon mal da war, und das wirklich auch durchs, also, ich hatte's ja schon gerade eben auch gemeint, YouTube-Compilation, dieser Film ist wirklich ein, also, ich sag's jetzt mal wirklich frei heraus, für mich ist der ein Hybrid aus Don't Breathe in Space, gemischt mit einer wirklich schon Nummern-Revue der ersten vier Alien-Teile, das mag jetzt hart klingen, aber ich, ich muss da so ehrlich sein an der Stelle, was jetzt nicht unbedingt was durchweg Schlechtes sein muss. Ich versteh, was du meinst, ich geb dir da auch größtenteils recht, ähm, ich hatte halt den Vorteil für mich, mir war relativ klar, das wird kein Film sein, der dieses Franchise versucht, irgendwie zu erneuern. Das wird kein Film sein, der irgendwie versucht, da irgendwelche frischen Aspekte reinzubringen. Das, ich hab, bin im Vorfeld reingegangen mit der Erwartung, ich sehe einen Slasher im Weltraum, und letztlich runtergebrochen ist es genau das, ja. Es gibt ein paar Momente, die dich vielleicht überraschen, weil, das kann man ja auch sagen, es ist nicht nur ein Alien-Überraschung, es kommen ja noch ein paar mehr, ähm, und es gibt ein paar Action-Sequenzen und ich finde auch, dass der Feder Alvarez ein paar nette Ideen einstreut, also ich mochte zum Beispiel die Ideen, wenn es um Thema Schwerkraft zum Beispiel geht. Ja, das fand ich toll. Das ist alles nicht besonders smart, das will der Film auch gar nicht sein. Ähm, und da ich diese Erwartungshattung erst gar nicht hatte, war ich damit, war ich damit eigentlich ganz fein. Also ich, ähm, wie gesagt, es gibt dieses, wenn es wirklich eine Sache gibt, die ich dem Film wirklich ankreide, das ist das, was ich jetzt eben schon tausendmal gesagt habe, und ich kann wie aus Spoilergründen nicht genau ins Detail gehen, ist dieses eine Element, was ab der Hälfte kommt, und wo ich wirklich nicht verstehe, Leute, warum, warum macht ihr das? Und ich, mich würde auch wirklich interessieren, inwieweit Feder Alvarez, der ja auch das Drehbuch geschrieben hat, wirklich, ob das seine Idee war, oder ob Disney eben gesagt hat, lass das mal reinbringen, weil das ist ja ein Franchise, und wir brauchen da noch irgendwie so, noch eine Referenz zum ersten Teil. Ich weiß es nicht. Ähm, aber an und für sich, was ich diesem Film aber unabdingbar vorhalte, im positiven Sinne, dieser Film nimmt einfach die Stilistik der ersten beiden Teile und verdichtet die, und das Ergebnis ist pure Atmosphäre. Für mich ist Alien Romulus war zwei Stunden lang ein richtiges Atmosphärefest. Ich habe es genossen, ich habe mich da, äh, reinsaugen lassen, und ja, der Film macht nichts Neues, und das ist, wie du sagtest, wenn man es böse sagt, eine Compilation der Best-of-Sachen der ES-Ein-Franchise, aber es hat für mich tatsächlich, äh, sehr gut funktioniert, und ich glaube, wenn ich jetzt wirklich diesen Film ranken müsste, ich glaube, er wäre aktuell auf Platz drei, hinter, oder, oder, also wirklich, ich finde aktuell, dass Teil eins und Teil zwei bleiben immer The Kings, da glaube ich, da wird auch nichts mehr kommen, aber danach würde bei mir Romulus kommen, und das kann sich natürlich noch ändern, weil die Sichtung ist relativ frisch, und die Sichtung des dritten Teils ist jetzt auch was her, und Teil vier auch, und Teil drei hat ja auch diverse Schnittfassungen, und so und so, aber ich war wirklich, für mich war Alien Romulus eine positive Überraschung, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich so überzeugt und so bespaßt aus dem Kino komme, obwohl er, wie gesagt, ich spreche es jetzt nochmal an, diese eine Sache hat, wo ich wirklich sage, das kann nicht euer Ernst sein, also, das ist so ein bisschen, du hast den Ball vor einem leeren Tor stehen, du hast, du musst einfach nur noch Anlauf nehmen und einmal Wups machen und das Ding ist drin, und du machst, du nimmst trotzdem den Typen, der im Rollstuhl ist, das ist jetzt auch ein falsches Beispiel, Entschuldigung, Abelismus. Gruß an Alien 4. es ist, es tut mir wirklich leid, also, der Film ist wirklich, also, mein Fazit ist schon mal ganz klar, der Film ist gut, ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen, aber er hat, er ist nicht perfekt. So, ganz und gar nicht. Ich, ich, ich würde sagen, er ist, äh, durchaus solide, aber er hätte sehr viele Bausteine gehabt, um richtig, richtig gut für mich zu sein, und leider steht er sich dann aber selber im Weg mit, äh, ja, eben den heutigen Gegebenheiten von Franchises, insbesondere aus dem Hause Disney. Ich muss sagen, ich finde es auch interessant, ähm, weil, äh, also auch jetzt so von der Argumentation her, ähm, es erinnert mich wirklich so ein bisschen an, äh, damals bei The Force Awakens, also auch im Hinblick auf, weil, äh, dieses, äh, dieser eine Wundenagel in der Wand, das hat halt diesen lupenreinen Legacy-Charakter, einfach, ne? Aber halt, wie ich finde, ich finde nicht, dass Romulus, wie du schon sagst, es hat keine Abspannsäge-Szene, ich finde, der wirkt aber so auch alleinstehend ganz gut, also wenn die jetzt, und wenn, die werden weitere Alien-Filme machen, ich meine, das ist klar, ob der jetzt ein Flop wird oder nicht, aber es kommt ja schon diese, diese Serie von Noah Hawley, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Romulus so floppt, dass die jetzt keinen Film mehr machen, also es wird weitere Alien-Filme geben, aber ich finde, Romulus kannst du auch einfach so eigenständig sehen, also der muss auch nicht fortgesetzt werden, er kann fortgesetzt werden, ganz, ganz klar, weil es gibt immer noch offene Fragen, wir haben ja schon gesagt, er spielt zwischen dem ersten und dem zweiten Teil, und man kann da durchaus noch, sag ich mal, Wege finden, dass dann der neue, sag mal Romulus 2, überleitet zu Aliens die Rücke, das ist, finde ich, das ist machbar, kann man machen, aber es ist nicht zwingend notwendig, ähm, das, das hat mir gefallen, ich muss auch sagen, dadurch, dass ich den David Johnson und die Kelly Spaney als Duo echt toll fand, gerade ihn, äh, würde ich mich, glaube ich, auch gar nicht so sehr beschweren, wenn es einen Romulus 2 geben sollte. Mhm. Ja gut, äh, Kelly Spaney ist ja wirklich so auf dem Weg nach oben, ne, also die hat ja, glaube ich, zuletzt auch, äh, Priscilla Presley gespielt, meine ich, den hab ich noch nicht gesehen, und in, äh, Civil War war sie ja auch schon drin, also die, die macht ihren Weg, ich muss sagen, sie, ich fand sie ja auch wirklich, ja, solider, also es ist halt, die Figuren sind halt sehr, sehr basic, ja, aber was, äh, aber das, das ist, für Genre Kino ist das jetzt nicht ungewöhnlich, also ich fand's auch ein bisschen überzogen, wie Kollegen da so meinten, ja, mir waren halt alle Figuren egal, ja, gut, kann man so sehen, aber jetzt mal ehrlich, Alien war jetzt auch nie ein Franchise, ja gut, mit der, mit der Crew, hier, von der Nostromo und auch in Alien 2, da, da fiebert man schon mit, und selbst mit den Häftlingen, äh, äh, bei David Fincher im Assembly Cut zumindest, aber ich fand das jetzt auch nicht so wild, ähm, und, äh, was ich auch nicht so schlimm fand, da haben ja viele auch im Vorhinein drüber gespottet, von wegen ist das jetzt hier endgültig die Teenie, äh, äh, Variante, ne, also, weil, weil die halt alle irgendwie sehr jung sind, die Schauspieler, es ist ja so die, die, äh, ja, die nachkommende Generation eigentlich von Ripley und Co., ich fand das, ich fand das gar nicht verkehrt, also auch, dass die halt, was wir schon am Anfang gesagt hatten, dass die so, welche sind die so ein bisschen, ihr Weg im, ihren Weg im Universum finden müssen, ne, ja, also, das fand ich, fand ich okay. Ja, also jeder, der auch nur einen halben Horrorfilm gesehen hat, der wird, äh, nach ungefähr fünf Minuten wissen, wer von diesen Protagonisten die höchste Überlebenschance hat, ne, das ist klar. Ja, definitiv. Ähm, es gibt, es, was mich, was mich überrascht hat, ist, wer letztlich halt dann, äh, gefacehuggert wird, weil damit spielen sie so ein bisschen, finde ich, weil es durchaus so Momente gibt, wo man nicht sicher ist, okay, er wird's, dann sie wird's, er wird's, dann sie wird's, das machen sie relativ geschickt, ich, ich muss aber auch ganz klar sagen, also der Film hat ein paar Jumpscares, das ist okay, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es gab, spannungstechnisch holen sie da aber meines Erachtens auch nicht immer das Maximum raus, muss man sagen, aber es sieht halt einfach immer geil aus, so hart es klingt, es sieht halt einfach fantastisch aus, ist so. Ja, ich, ich, ich kann mich dir auch anschließen, also, äh, die Schwerelosigkeit Sequenz ist, glaube ich, mein Highlight, also das, also auch wenn das wie eine, wie gesagt, es, man, man könnte es interpretieren als Variation dieser Unterwasser Sequenz im vierten Teil, aber ich mochte es trotzdem, wie sie, wie sie das gemacht haben und, äh, das war schon, also, der, der hat definitiv schon seine Momente und ich muss sagen, auch, also, schon so rein, äh, visuell und soundtechnisch kann man sich den schon im Kino ansehen, es ist aber, glaube ich, auch okay, wenn man auf den Disney Plus Release wartet, aber Leute, geht trotzdem ins Kino, also, wenn, wenn er euch interessiert und das kann man vielleicht noch sagen, ähm, weil man merkt es ja schon vom Cast her schielt der ja schon irgendwie jetzt auch ein bisschen auf eine Verjüngung dieses Franchises, was ja nun mal mittlerweile 45 Jahre auf dem Buckel hat und ich sag's mal so, äh, Leute, die jetzt so der Gen Z oder ich sag mal ganz böse Generation TikTok angehören und die wahrscheinlich den ersten Alien noch nie gesehen haben und den wahrscheinlich auch nach zehn Minuten ausmachen, weil sie ihn stinklangweilig finden werden mit hoher Wahrscheinlichkeit und nein, ich meine nicht dich Melanie, äh, für die dürfte das ein Oberknaller sein. Ja, also er ist schon wesentlich temporeicher, wobei ich jetzt auch sage, sie lassen sich schon ein bisschen Zeit, also es ist jetzt nicht so, dass er sofort losgeht und auf 130 ist, also er braucht schon eine gewisse Zeit. Ja, ja und die, äh, ja, aber ich, ich, ich mochte halt dieses, dieses Unmittelbare irgendwo auch, ne, also, äh, abschließend, äh, ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, wir machen jetzt ein Fazit und dann, äh, werden diejenigen, die den Film nicht, noch nicht gesehen haben, nichts wissen wollen, sich dann schwarz ärgern, weil diese ganzen Teaser, die wir in die Richtung gemacht haben, jetzt für sie zumindest an der Stelle hier ins Leere laufen. Ich kann mir sagen, wie es ist, die Katze Charles taucht wieder auf, jetzt haben wir es gesagt, so. Ja, was, Charles, ich dachte, hier ist Jonesy. Ach, Jonesy, ja, siehst du mal, ja. Man merkt, du hast die Filme lang nicht mehr gesehen. wenig, wenig schlafhohes Alter, es ist, es ist keine gute Kombination. Ja, und, Sonne, Mut und Sterne bis, äh, zwei Uhr morgens, aber, äh, aber du, du warst ja zumindest so fit im Franchise, dass du, äh, diesen, diesen, äh, digitalen Schandfleck, äh, durchaus ausmachen konntest, aber bevor wir dazu kommen. Ey, ehrlich, ich frage mich wirklich, ob es Leute gibt, die sich das angucken und dann sagen, was hast du denn, das sieht doch gut aus, aber gut, das werden wir dann nach dem Fazit bis zweiter Bereich, Ja, und ich, ich würde sagen, wir, äh, sind da jetzt eh schon so auf der Bordsteinkante, es sei denn, du hast noch irgendwas, was du ansprechen möchtest. Ich überlege gerade, aber ich glaube, wenn es, da es mir jetzt nichts mehr weiter einfällt, äh, glaube ich, ist das auch nicht wichtig, deswegen, äh, gehe ich mal einfach voraus und sage, Leute, es gibt wirklich viel, was man Alien Romulus vorhalten kann, ähm, insgesamt war ich aber wirklich sehr angetan, ich hatte eine wirklich gute Zeit, weil dieser Film, das hat, was ich bei einem Film mit am wichtigsten finde, gerade im Bereich Horror, Thriller, Sci-Fi, Fantasy, nämlich Atmosphäre, Atmosphärisch ist das Ding einfach ein Brett, das ist ein, das ist ein, also, ey, wenn Atmosphäre Nutella ist, dann ist aber auch ein ganzes Maxiglas drauf geschmiert auf das Brot, so kann ich sagen, der ist nicht, der ist nicht perfekt, aber meine Güte, ich kam wirklich sehr begeistert aus diesem Film raus, ich bin auch wirklich am überlegen, ihn mir nochmal anzugucken, denn, auch wenn Dominik gesagt hat, dass man ihn gerne auch auf Disney Plus gucken kann, nee, ich finde, das ist ein Kinofilm, der sieht da Kino aus, der Atemkino, der braucht die Leinwand, der braucht das Soundsystem, deswegen guckt ihn auf jeden Fall an, außer ihr mögt Elie nicht, weil dann, nein, dann ist es eh nichts für euch, ich war wirklich sehr angetan, trotz Schwächen, für mich eine ganz, ganz klare Empfehlung für Elie und Romanus. Ja, bei mir ist es so eine Empfehlung mit Kratzern, sag ich mal, also, man macht jetzt auch nichts falsch, wenn man da reingeht, insbesondere Bild- und Soundtechnisch hatte ich ja schon gemeint, inhaltlich versetzt er keine Berge, für Kenner des Franchises ist es so eine Art, ja, ich sag mal, Medley fast schon, wenn man da jetzt nicht mehr erwartet, dann kann man da durchaus, glaube ich, Spaß mit haben, wie man ja auch schon an deinem Beispiel jetzt sieht, und für diejenigen, ja, die mit dem Alien-Franchise überhaupt nichts am Hut haben, und da jetzt vielleicht einsteigen wollen, das ist sowohl der perfekte Einstieg, als auch eigentlich der perfekte Trailer, und deshalb würde ich, also, ja, natürlich, man kann sich den im Kino ansehen, aber wenn du überlegst, wenn du den auf Disney Plus schaust, und das der allererste ist, den du guckst, die anderen Teile sind direkt nebenan, und ich mach jetzt hier keine Werbung für Disney Plus, weil dieser Film ist eigentlich der, in der Hinsicht eigentlich der perfekte Trailer, wenn man es so will, in Filmform, im, äh, im Guten wie im Schlechten, sag ich mal, aber nein, äh, wenn er euch interessiert, schaut ihn euch an, habt jetzt aber, insbesondere, wenn ihr mit dem Franchise vertraut seid, auch nicht zu hohe Erwartungen, äh, dann kann da schon was werden, äh, und wie es weitergeht, ja, werden wir dann sehen, also, ob Federer Alvarez noch einen macht, oder, aber das fände ich irgendwie schön, wenn der hier einfach mal für sich stehen darf, also, da darf gern noch mal was kommen, und ja, gut, Kaylee Spaney und, äh, ihren Kompanion, hätte ich jetzt auch nichts gegen, nie wiederzusehen, sehr viel mehr ist ja auch nicht mehr übrig, aber, ähm, es wäre schön, wenn der auch mal wirklich abgeschlossen für sich stehen könnte, und, äh, ich weiß nicht, ich finde, ich finde nicht, dass der am Ende auf dem Sequel raus will, oder so, ne, das wollte ja selbst der alte Scott-Film auch nicht, und, äh, das muss man sagen, äh, allem für und wieder der, äh, Franchise-Zwänge des modernen Kinos, äh, zum Trotz, äh, ist das durchaus mal ein Aspekt, den man auch, äh, würdigen sollte, an der Stelle, also, von mir durchaus so ein, ja, ich sage mal, halber Daumen, und wenn, dann geht ins Kino, aber, ja, ihr, ihr, ihr wisst Bescheid, geht ins Kino, ja. So, und ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut, das heißt, an alle da draußen, die Alien Romulus noch nicht gesehen haben, äh, haltet euch jetzt die Ohren zu, oder sonst was, oder wir bestücken euch mit Facehuggern, die erledigen den Rest. So, und Stu. Okay, wollen wir, bevor wir dieses, dieses eine Element jetzt endlich mal ansprechen, wollen wir vorher noch so eine andere Sache besprechen, weil da würde mich auch interessieren, was du dazu gesagt hast, denn, es gibt ja im, äh, in der Crew, äh, wo auch halt eben, äh, Rain und Henry, äh, Andy mit dabei sind, Kay, und Kay ist ja schwanger, und ich dachte mir so, oh, okay, das ist natürlich interessant, und sie, sie nutzen diese Schwangerschaft ja auch, und, ähm, ich, ich finde, dass, dass der Alvarez für seine Verhältnisse dann auch relativ zahm mit umgeht, also, es gibt wahrscheinlich Leute, die werden das anders sehen, ich muss auch sagen, dass, äh, auch da so ein bisschen seltsam ist, dass sie dann doch noch dieses Zeug da einnimmt, was ja letztlich dazu führt, dass sie ein, eine neue Elienrasse gebiert, aber was, aber wie, wie hast du das wahrgenommen, weil, das ist ja der Moment gegen Ende, der ja sehr, sehr stark an das Ende von Teil 4 erinnert, ich muss aber sagen, ich fand's irgendwie ganz nice, weil dieses Vieh, das grinste immer so komisch, das fand ich irgendwie unangenehm und gruselig, ja, es ist, es hatte irgendwas, also, ich kann schon Leute verstehen, die das wahrscheinlich scheiße finden, weil die halt wirklich dann, das Ur-Elien bevorzugen, als dann das Ding, was da rauskommt, aber ich fand, das war ein interessanter Ansatz, auch wenn er, das muss man ehrlich sagen, natürlich auch nicht neu ist, weil das schon der Jean-Pierre Jeannot damals schon gemacht hat mit dem vierten Teil. Ja, ich muss da sagen, ich mag ja den vierten Teil irgendwie. Ich auch. Und ich finde den Newborn da sowas von bizarr und gleichzeitig niedlich. Der Niedlichkeitsfaktor war hier nicht vorhanden, aber ich weiß noch in der PV, also jemand musste laut lachen, als der kam neben uns. Ähm, ja, ich sag mal so, also da kommt auch schon Feder Alvarez irgendwie durch, ne? Also es hat mich, einen kleinen Moment hat es mich so ein bisschen an Andy Muschietti und S2 erinnert, weil der hatte ja durchaus da auch solche Kreationen, die er aus dem Hut gezogen hat. Aber hier hat das durchaus für mich funktioniert. Das Problem ist, es ist, glaube ich, zu ähnlich zu Alien 4. Also auch die Art und Weise, wie sie das Viech loswerden, ist ja wirklich eins zu eins die gleiche. Äh, ich muss aber sagen, dass, ähm, also, hattest du auch den Eindruck, dass, dass Feder Alvarez diesen, äh, sexuellen Subtext, den das Franchise ja von Anfang an hat, dass das, äh, also, dass der Film das jetzt noch weiter getrieben hat als andere, weil ich denke jetzt nicht nur an die Geburt da, wo ja, ich glaube, das Ei kommt aus ihr raus, ne? Und da hängt doch dann das, das Baby drin, Genau, und das ist echt eine gruselige Szene, wenn du dann siehst, wie dieses, äh, wie, wie, wie die Heldin dann dieses Ei dann begutachtet und dieses Ei öffnet sich und dann kommt halt nicht so dieses, dieses Phallus-Symbol raus, sondern wirklich etwas mit einem menschlichen Gesicht, was auch einem Baby sehr gleicht. das war schon, ja, das war auch wirklich gruselig, aber, ähm, das mit dem sexuellen Kontext ist echt interessant, weil, äh, natürlich kannst du da ganz viel sexuellen Kontext reinlesen, allein, wie gesagt, Phallus-Symbol, ne? Durch und durch. Und auch dieses Thema Geburt ist natürlich sehr allgegenwärtig. Ich, aber irgendwie fand ich den Film diesbezüglich fast schon ein bisschen zahm. Also klar, du hast diese Geburtsszene, aber ich weiß nicht, ob ihr den, den The First Omen gesehen habt, der dieses Jahr auch lief, da gibt es halt auch eine Geburtsszene, die ist wesentlich, in Anführungszeichen, drastischer, äh, auch wesentlich verstörender, und ich fand tatsächlich in den Romulus, ja, es gibt diese, diese sexuellen Kontext, ganz klar, aber ich fand den früher irgendwie prägnanter, also, entweder bin ich mittlerweile echt abgestumpft, ja, und, und solange du mir keine, keine, keine Brüste und richtige Vagina und Penis zeigst, bedenke ich mir so, aber was willst du damit, ist ja nix, aber ich fand den nicht so prägnant tatsächlich in Romulus. Vagina ist aber ein schönes Stichwort, weil da ist doch diese Szene, wo, ähm, einer von denen, ich weiß nicht, aber das war ja auch ein relativer Wegwerfcharakter, wo der mit so einem Elektro-Trocker, ja, in diesem Ding herumstochert, und ihn das dann noch so bespuckt, und das sah wirklich, das sah halt aus wie eine, wie eine Vagina. Das stimmt schon, aber ich weiß nicht warum, ich, vielleicht, weil es zu gewollt war, vielleicht lag es einfach daran, weil die Szene an sich, die, die war halt interessant, weil der Typ ja, ähm, letztlich gar nicht so sehr durch das Alien stirbt, sondern mehr durch diese Säure. Und, ja, und das ist auch sehr, sehr hart, und auch sehr gemein und fies, wobei auch da muss ich sagen, äh, bei, also, wie gesagt, wenn das jetzt Evil Dead in Space gewesen wäre, kämen da noch mehr, also da, wie gesagt, ich finde, dass der Alvarez für seine Verhältnisse relativ zahm ist, selbst wenn du es vergleichst mit einem Don't Breathe, der hatte ja auch noch diese Szene mit diesem, hier, mit diesem Sperma, sag ich's mal, ja, die jetzt nicht so grafisch war, aber wo allen die Vorstellungen schon echt bizarr und widerlich war, und ich, das liegt nur an mir, ich bin mir sicher, dass das, dass ganz viele Leute das anders sehen, aber ich war diesbezüglich, fast schon ein bisschen überrascht, wie zahm Romanus da ist, aber wie gesagt, ich glaube, da ist mein Problem einfach, dass ich den, durch den Namen Fede Alvarez, dann vielleicht doch einfach ein bisschen mehr erwartet habe. vielleicht ist es auch, ich würde es an der Stelle halt schon nicht mehr als Subtext vielleicht bezeichnen, weil es wirklich so vom Design her und auch wie dieses Viech irgendwie schießt, das ist ja fast schon wie so, ja, also wahrweise Urin oder, ja, wirklich Sperma an der Stelle, also das ist, das ist nicht sonderlich subtil, aber, also ich fand das, ich fand das effektiv und das war auch, glaube ich, eine neue Idee irgendwo, oder? Ja, wobei man auch sagen muss, wie der Typ dann stirbt mit diesem Elektrizitätsstab da, ist ja auch selbst, das ist wie dieser obligatorische so, Typ, du bist fertig, geh einfach. Weißt du, wenn der einfach gegangen wäre, wäre ja nichts passiert, ne? Das ist, aber gut, man muss auch sagen, dass es ja auch die Figur trifft, die von allen am unsympathischsten ist, ne? Ja, wobei, wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, das habe ich auch zu Martin gemeint, es ist schon bemerkenswert, also natürlich, ich meine, bis zu einem bestimmten Punkt müssen sich solche Figuren auch irgendwie ein bisschen dusselig anstellen in so einer Art von Genrefilm, aber ganz ehrlich, die haben das hier durchaus besser auf die Reihe gekriegt, als die studierten Wissenschaftler in Prometheus. Ja, da wird sich immer gerne drüber lustig gemacht und es ist auch irgendwo gefällig, aber, also hier hatte ich nicht so oft Facepalm-Momente und ich mag den Prometheus durchaus. Ich muss immer sagen, Fernstudium bringt nichts. Was, wie bitte? Fernstudium bringt einfach nichts. Siehe Prometheus. Nee, ja, erst recht nicht in amerikanische Samoa. Grüße an Saul Goodman. Ich würde sagen, wir kommen jetzt aber endlich mal zum Androiden im Raum, oder? Ja, okay, pass auf. Ich, es ist halt so, dass sie in dieser Raumstation halt herausfinden, nach und nach, was da passiert und dann halt einen kaputten Droiden finden, der in der Hälfte der Teile ist und man sieht ihn die ganze Zeit schon vorher, aber er ist immer so im Dunkeln und dann schließen sie ihn halt an und dann sehen wir halt, dass dieser Android, der Rook heißt, das gleiche Modell ist, was eben auch in Teil 1 vorkommt und wer Teil 1 kennt, weiß, es gibt da einen Androiden, der heißt Ash und der wird gespielt vom verstorbenen Ian Holm, unter anderem natürlich auch bekannt als Bilbo Beutlin aus den Herr der Ringe-Film. Ja, jetzt ist es aber so, dass sie zum Beispiel wie beim letzten Halloween-Trilogie jetzt keinen Darsteller genommen haben, den einfach geschminkt haben, damit der so aussieht wie der alte Darsteller. Sie haben halt das gemacht, was, wo wir jetzt in den letzten Jahren mehr als einmal gesehen haben, dass du es nicht richtig hinbekommst, weil es immer scheiße aussieht. Sie haben halt einfach so eine Fuck-Deepfake gemacht von Ian Holm und es tut mir leid, ich so schön ich es finde, dass sie Ian Holm in Anführungszeichen von den Toten wiedererlebt haben. Das sieht kacke aus. Es sieht, der Film sieht bis auf diesen, dieses Element, sieht der handgemacht aus, haptisch, greifbar und dann hast du dieses CGI-Gewichse. Das regt mich einfach auf und es ist nicht nur so, dass es eine Szene ist und dann ist es vorbei, der taucht halt bis zum Schluss immer mal wieder auf. Ja! Das ist das, was man erbt. Man muss sagen, gegen Ende kommuniziert der nur noch via Funk oder via so Videotelefonie, nenne ich es mal. Da geht es noch. Aber ansonsten, der hat vielleicht, ich habe nicht gezählt, aber das ist sechs, sieben Szenen sein, wo der drin vorkommt. Und den Tümpf von denen siehst du ihn wirklich in voller Helligkeit, diesen scheiß Deepfake. Und um euch ein besseres Bild machen zu können, erinnert euch ans Ende von Rogue One zum Beispiel. Wenn du, die junge Prinzessin Lea, diesen Deepfake von Carrie Fisher und so sieht halt eben jetzt auch Rogue aka Ash aus und es versaut diesen Film nicht durchgängig, aber jedes Mal, wenn er zu sehen ist, war das so für mich der Moment, wo ich dachte, warum macht ihr das? Ihr stellt euch selbst ein Bein. Ihr habt einen wunderschönen Film gemacht und jetzt bewirftet ihr ihn mit irgendwelchen Farbbomben, um es mal ganz profan zu sagen. Ja, und wirklich auch erzwungenem Fanservice. Das mit dem Fanservice, ganz ehrlich, ist scheiße, aber ist gar nicht so wild. Was mich wirklich mehr aufregt, ist dieses Artifizielle. Die Machart. Genau. Weil, wie ich schon sagte, es wäre nicht notwendig gewesen. Das hätte auch ein Android sein. Klar, das mit Android, das macht Sinn, aber dem hat irgendeinen Androiden. Es muss ja nicht, es ist ja nicht mal die Ash, es ist einfach nur dasselbe Modell. Das war's. Du hättest das ganz einfach lösen können, einfach einen anderen Darsteller nehmen, einen echten Darsteller, der heißt auch Rogue, und dann sagen, ja, das ist ein Android und der war hier dabei und der erklärt uns jetzt alles. Weil letztlich, muss man ja auch sagen, ist dieser Rogue ja auch mehr eine Art Erklärerbär die meiste Zeit. Ja, ja, es ist, ich muss gestehen, ich hab am Anfang, und das hab ich auch mir von Kollegen bestätigen lassen, ich hab erst gar nicht verstanden, dass das trotzdem nicht Ash sein soll. Weil, nach dem Kino fiel mir nämlich so ein, warum hat der eigentlich sein Tor so noch? Weil Ash hat ja, ist ja wirklich nur noch ein sprechender Kopf. Am Ende von Alien, der dann irgendwie angeschlossen werden muss und dann noch da sein Mitleid bekunden darf, was ja hier dann natürlich auch nochmal tut. Ja, man muss aber sagen, also ich meine, es wäre okay gewesen, du hast ja gerade schon Carrie Fisher in Rogue One erwähnt, das ist aber nur eine ganz kurze Szene. Genau. Das ist eine Einstellung, das ist okay und das ist am Ende des Films, das ist so blinket, you miss it fast schon. Aber hier ist das nicht möglich und ich bin ganz ehrlich, ich habe jedes Mal aufgestöhnt, wenn das kam und der ist wirklich, der ist, ich würde so weit gehen, der ist eigentlich der Hauptantagonist dieses Films. Also, das, boah, das war wirklich, was mich halt wirklich, mich machen Filme eigentlich selten sauer, aber es macht mich einfach sauer, weil es gibt keinen wirklichen Grund, das so zu machen, wie ich schon sagte. Nein. Nimm einfach so, es ist ein Android, aber halt irgendein Android, vollkommen egal. Das Einzige, was du da nicht hast, ist halt diesen Fanservice, dass man sich dann so auf die Schulter klopfen kann, oh, das ist übrigens hier Ian Holm, ne? Aber ganz ehrlich, es reißt einen wirklich brutal raus, weil ich gebe dir auch recht, bei Rogue One stürzt, aber hey, 30 Sekunden oder wie viel lange das ist, gut ist, fertig. Ja. Aber wir reden hier wirklich von mehreren Minuten, von sehr prägnanten Szenen, die halt für die Handlung wichtig sind, aber wo es nicht wichtig ist, dass dieser Android aussieht wie Ian Holm. Ja, ja, vor allem sie hätten auch, kann ich wieder auf Alien Isolation verweisen. Du hast es ja auch gespielt, da gibt es ja auch Androiden als Gegner. Ja. Und die sind fucking creepy. Die hätte man einfach nehmen können, fertig. Oder meinetwegen hätte die auch Lance Hendrickson nehmen können, den irgendwie digital verjüngen oder was. Aber weißt du, Ian Holm ist tot. Ja. Seit bald vier Jahren oder seit genau vier Jahren. und dann, ich meine auch dann, also nicht nur er als Deepfake, sondern ja auch irgendwie seine Stimme dann wahrscheinlich auch mit KI reproduziert. Das fühlt sich einfach falsch an. Und ich bin jemand, der hat jetzt weder mit Leia noch mit Tarkin in Rogue One die Riesenpro, ja gut, Tarkin kann man drüber reden, aber, aber das hier war wirklich und dann halt wie, wirklich für so Fanservice mit dem Holzhammer. und das jedes Mal, also jedes Mal hat das mir so ein, so ein, so ein Stich versetzt einfach, wenn er kam. Und das tut mir wirklich leid, weil ich Ian Holm sehr gerne mochte als Schauspieler und er einfach auch legendär ist im ersten Alien. Na? Das, das, äh, ich meine, ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist. Da bin ich jetzt auch gespannt, ob sie das jetzt bei der deutschen Synchro machen werden. Wir müssen ja dazu sagen, wir haben ja nur die OV gesehen. Ähm, weißt du eigentlich, dass Ian Holm in, in Alien und in, also musst du überlegen, 79 und dann, äh, jetzt, äh, selbst noch der, der, äh, dritte Hobbit-Film, wo er nochmal ganz kurz auftaucht am Ende, oh, Spoiler, ähm, dass das derselbe Sprecher ist? Ähm, nee, wusste ich nicht, aber es wundert mich nicht. Ich meine, Und er lebt auch noch. Ja, hat der Ian Holm etwas voraus. Ähm, ja, ist, also, wie gesagt, diese eine Aspekte, den ich halt auch schwierig finde, von wegen, dass man hier mit KI gearbeitet hat und jemand, jemand Totes wiederholt ist, das ist ein ganz eigenes Fass, was sehr tief ist und was ich jetzt hier auch nicht aufmachen möchte, ich sag nur so viel. Haben wir, haben wir mal, wir haben mal einen Podcast beim Movie Break dazu gemacht. Ja, das ist auch schon lange her. Ähm, aber es ist, ist auf jeden Fall, ich fühle mich damit auch nicht so richtig wohl, wenn ich ehrlich bin. das sei gesagt. aber was mich halt, und ich wiederhole mich hier, aber es tut mir leid, ist, ich, ich rate es einfach nicht, weil die müssen doch gesehen haben, wie gut dieser Film aussieht und dann, und dann planschen die dann einfach dieses Ding da rein. Ähm, und auch da wieder, es, es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie komplett eine Stunde zu sehen ist, aber der taucht immer wieder auf und du siehst einfach, das ist nicht echt. Das ist das Einzige an diesem gesamten Film, was nicht echt aussieht, außer vielleicht in dieser Schwerelosigkeit Szene, diese Säurepfützen. Aber da, weißt du, das, das kann man ja erklären, das, das macht ja einen Sinn, das ist so, wo ich denke, okay, das sieht vielleicht ein bisschen künstlich aus, aber so bien, es ist halt, ich verstehe es, aber es gibt halt einfach keinen wirklichen Grund, diesen Ian Holm mit KI und CGI wiederzubeleben, außer, dass man sagen will, guck mal da, wie in Teil 1 und das regt mich auf und in den letzten Jahren bin ich wirklich sehr gut gefahren mit meiner Zen-Methodik, was schlechte Filme angeht und Alien Rummler ist ein guter Film, aber hier kam ich wirklich mit dieser Zen-Methodik an meine Grenzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das, ach, es ist einfach so, also ich, ich glaube auch nicht, dass das so auf den Mist von Feder Alvarez gewachsen ist. Ich glaube, dass das wirklich von, von, von Disney kommt und ich meine, also das, das passt halt alles perfekt in diesen Rahmen. Ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er, wer weiß, es kann sein, dass er sich da durchgesetzt hat von wegen, nee, ich will keine Post-Credit-Szene, ich, ich hab ein offenes Ende und vielleicht will ich auch gar keinen mehr machen. Ja gut, das ist okay, aber dafür nimmst du dann das da mit rein und die und die Zitate müssen unterkommen. Ich meine wirklich, der Film, der schnetzelt sich ja irgendwann wirklich, äh, in den Dialogen durch diese ganzen ikonischen Zeilen aus mindestens den ersten beiden Filmen, ne? Ja, ja, also ich muss ja sagen, für mich die schönste Referenz ist diese eine kurze Einstellung, wo du einfach siehst, dass, ähm, die Heldin genauso wie Sigourney Weaver im zweiten Klang, glaube ich, diese Turnschuhe trägt. Nicht die gleichen Turnschuhe, aber einfach, dass es so ein bisschen Ähnlichkeiten hat. Man muss ja auch ganz klar sagen, guck dir mal Bilder an aus, äh, Covenant, wo du auch aussiehst, dass diese Catherine Watterson halt präsentiert aussieht wie ein 1 zu 1 Epigone von Ripley und da muss man halt auch sagen, ich finde, Kaylee Speaney bleibt auch immer Rain, also die wird niemals so zum Ripley-Klon gemacht, das muss man den Film lassen. Ähm, ja, aber, boah, es tut mir, ich merke gerade, dass es mich immer noch wirklich wurmt, weil, das ist so, ich, ja, wirklich, du hast ein, du hast ein richtig schönes Sandwich und denkst dir dann einfach so, auch, weißt du was, hm, und jetzt, ja, noch ein bisschen einfach, jetzt legen wir es in Essig ein, weil, warum nicht, es ist so, ja, oder, oder du beißt rein und auf einmal hast du, stellst du fest, dass irgendein hartes Stück Plastik da drin gelandet ist. Ja, ja, ganz ehrlich, in ein paar Jahren, wenn Fede Alvarez vielleicht frei reden kann, bin ich sehr gespannt, was er dazu sagt, weil, wie du auch schon gesagt hast, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ein Filmmacher wie Fede Alvarez, jemand, der praktische Effekte immer sehr hoch hält, jemand, der natürlich auch weiß, wie wichtig CGI-Effekte sind und seien wir ehrlich, in den Rummenus ist voller CGI-Effekte, wir sehen sie nur nicht, ne, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der das gut heißen hat, wie dieser Rook da dargestellt wird, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, du meintest doch auch schon zu mir, äh, dass der Film jetzt auch so spät gezeigt wurde in der PV, weil da bis zum Ende noch dran rumgedoktert wurde, was ja nicht ungewöhnlich ist, aber, ich weiß nicht, äh, hatten sie hierfür dann keine Zeit mehr, oder weil, ich, ich hab keine Ahnung, aber ganz ehrlich, ich meine, es gab ja schon Momente, wo diese CGI-Figuren auch gut aussahen, aber, dann wurde auch immer getrickst, ne, hier zum Beispiel, ich fand zum Beispiel, dass der junge Indiana Jones im fünften Indie relativ gut aussah, aber halt dann, wenn er im Schatten unterwegs war, wenn das Licht gedämpft, gedämpft war, und wie gesagt, dieser Rook ist halt, sobald er halt auf dem Bad wird, ist er halt immer wirklich im Spotlight, wortwörtlich, das ist, ach, das ist schlimm, das ist schlimm. Vor allem, äh, ich glaube, das Verstörende daran ist auch, weißt du, wo du es jetzt gerade ansprichst mit Indiana Jones oder auch schon mit Leia, das sind menschliche Figuren, bei Ian Holm kommt ja noch hinzu, sie reproduzieren da einen Schauspieler, der tot ist, der wiederum einen Androiden spielt und den man, also, den man auch aus dem alten Film einfach als Androiden annimmt. Das ist, das ist, das ist, glaube ich, dahingehend noch einfach befremdlicher, weißt du, weil, weil sie, sie, äh, gießen hier jemanden auf, der schon damals einen Roboter gespielt hat und jetzt im Grunde noch künstlicher wirkt als früher. Vielleicht, Entschuldigung, vielleicht ist es auch, ja, obwohl ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine künstlerische Entscheidung ist, dass der halt irgendwie befremdlich wirken soll, weil es sah halt wirklich, es sah, hast du, hast du mal die Ohren von dem gesehen? Das sah wirklich, es sah so merkwürdig aus, wirklich. Du hast halt wirklich gesehen, du hast halt wirklich gesehen, dass dieses Gesicht irgendwie in vier Bereiche aufgeteilt war und jeder der Bereiche hat seinen eigenen, seinen eigenen Film gedreht quasi. ja. Also, also, das war ganz seltsam und, ja, ich, also, wie gesagt, das ist dieser eine Punkt, der mich wirklich massiv stört. Der wirklich. Ich bleib dabei, mir hat der Film wirklich sehr, sehr gut gefallen. Oh. Aber, dieser eine Punkt ist, wo ich denke, Leute, das, das war nix. Das, also, ich, und ich, pass auf, ich bin auch mal gespannt, weil es wäre nicht das erste Mal, wenn der Film auf die SD Plus kommt oder auf Blu-ray oder DVD, ob sie dann nochmal Hand dran legen, aber selbst dann wird's glaube ich nicht ändern, weil es sieht halt, das Problem ist halt einfach, du siehst einfach, dieses Ding ist nicht da in diesem Raum. Du siehst einfach, es ist nicht da, es wirkt nicht haptisch, es wirkt nicht greifbar. Das ist das, was mich wirklich am meisten wurmt, dass du einfach siehst, dass die Schauspieler gerade mit etwas Unsichtbarem interagieren. Das, ja. Ja und du merkst auch, dass die da irgendwie auch, ich, ich hatte den Eindruck, dass die auch so ein bisschen, also vielleicht liegt es dann auch an der Regie von Fede Alvarez, weil der vielleicht mit CGI auch in dem, zumindest in dem Bereich nicht so vertraut ist. Ich hatte den Eindruck, dass die Schauspieler vielleicht auch Schwierigkeiten gehabt haben, da irgendwie mit zu interagieren und dass sie das dann deshalb vielleicht auch so auf diese, diese Bildschirmkommunikation dann später ausgelagert haben. Das könnte ich mir vorstellen. Ja. Also ich meine klar, es gibt der Plot dann irgendwo auch her an der Stelle, ne, mit, mit irgendwie Comlink, aber es fiel schon auf, dass sie nicht viele gemeinsame Szenen mit dem hatten, aber das, was da war, das hat schon gereicht. Also als sie, als sie den enthüllen und du denkst dir so, nein, nein, bitte nicht, bitte nicht, Lance Hendrickson lebt noch, okay, aber bitte nicht Ian Holm und es ist Ian Holm. Und dann auch so richtig schön ausgeleuchtet, also, aber ich werde mir trotzdem noch mal ansehen und auch gespannt sein, ob sie da noch mal irgendwas gefixt haben. Ich bezweifle es aber ehrlich gesagt. Ey, weißt du, mal hier zum, was mal zum Abschluss zu bringen, aber eine interessante Idee, wir erinnern uns ja uns noch an die Special Edition von Star Wars, die in der 90er rauskam, ja, wo dann auch plötzlich so einen, so einen digitalen Jabba gesehen haben, der ja auch furchtbar aussah. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie bei Alien Romulus vielleicht dann irgendwann so die Anti-Special Edition machen, wo dann einfach die Szenen nachgedreht werden oder nicht nachgedreht, wo dann einfach Ian Holms CGI-Kadaver, es tut mir leid, ich nenne es immer mal so, einfach ersetzt wird durch einen normalen Schauspieler. Der dann irgendwie mit Deepfake oder was? einfach, ich meine ganz ehrlich, du kannst es ja schon mit Schnitt und Digitaleffekten wahrscheinlich so lösen, dass du dann einfach einen richtigen Schauspieler nimmst, der einfach den Platz einnimmt und dann sieht es nachher aus, so als würden die Schauspieler mit einem anderen Androiden interagieren. Natürlich hast du da nicht die Verweise auf Alien 1 und natürlich kann es sein, dass hier und da das eine Wort oder die eine Anspielung nicht mehr funktioniert, aber ich könnte mir das vorstellen. Mal gucken. Sie brauchten einfach diese Member Barry und das kommt unter Garantie von Disney und das sage ich jetzt nicht irgendwie, weil ich meine im Moment ist es ja sehr en vogue, irgendwie Disney scheiße zu finden und zu haten und sonst was und das habe ich auch ordentlich bei Ecolight getan, aber hier ist es eindeutig, aus welcher Richtung das kommt. Ja, also wir haben keine Beweiter dafür, aber ich sehe es tatsächlich genauso wie du. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Feder Alvarez missgewirkt wird. Oder ich kann mir vorstellen, dass er es vielleicht im Drehbuch so stehen hatte, weil er ja auch ein Fanboy ist, ist er ihm gegönnt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit diesem Ergebnis zufrieden ist. Also zumindest wie es am Ende aussieht, damit wird er nicht happy sein, aber ich meine jetzt auch mal einen Hinblick auf 20th Century Studios, dass die sich da einmischen. Ich sage nur David Fincher und obwohl ich es jetzt auch nicht, also ich glaube jetzt nicht, dass Feder Alvarez in ein paar Jahren ankommen wird, so in Josh-Trank-Manier. Ja, oder hier, ah, wer war das nochmal hier, James Gray mit Art Astra, der ja im Nachhinein gesagt hat, das war nicht mein Film, den ihr da gesehen habt. Also so wird es jetzt, glaube ich, nicht gewesen sein. Nee, dafür muss ich sagen, dafür erkenne ich in Romulus dann doch zu viel, was auf Feder Alvarez auszeichnet. Ja, vor allem beim Newborn 2.0. Also das hätte auch durchaus ein Viech sein, was dem Necronomicon entfleucht ist. Aber ich muss sagen, also auch jetzt ungeachtet der mangelhaften oder, sage ich mal, bescheidenen Effektkunst an der Stelle, für mich kann es halt einfach diesen, also es ist und bleibt halt eine riesige Member-Barry, die für mich da sitzt. Und das wird auch irgendwie einen Fix auf Disney Plus nicht ändern können. Und deswegen sticht das leider für mich wie ein Wundernagel aus diesem Film heraus. Aber ich glaube, wir haben das jetzt auch, glaube ich, genug erörtert. Man kann es durch so abkürzen, was dich, glaube ich, mehr stört, ist dieses Member-Barry-haftig. Was ich verstehen kann, was mich mehr stört, ist, dass es mich aus der Immersion raushaut einfach. Ja, beides. Aber ich kann es im Hinblick bei dir noch mal unterstreichen. Also daran merkst du auch, wie haptisch der restliche Film ist. Wenn das da so wirklich als Störfaktor ist. Und ich meine, du hast ja schon richtig gesagt, also der Film, der wird wahrscheinlich Unmengen an CGI haben. Das ist ja ganz klar. Aber woanders denkst du halt nicht drüber nach. Vielleicht weißt du es da auch. Und hier ist es halt, ja gut, hier weißt du es natürlich auch. Aber das Gehirn funktioniert immer mal anders bei Uncanny Valley. Aber ich würde sagen, wir machen hier mal den Cut. Ja, ich glaube, wir haben jetzt wirklich, also wir haben, glaube ich, jetzt schon geliefert, oder? Also war jetzt nicht wie bei der zweiten Staffel House of the Dragon, Teaser, Teaser, Teaser und wir sehen uns in zwei Jahren. Ja, also man kann so viel sagen, wenn in Romulus 2 dann kommt, dann werden unsere CGI-Cadaver dann einfach ausgepackt werden und werden dann irgendwie mit einer KI dann in die Besprechung von Romulus 2 integriert. Ja. Nee, also ich habe auch nichts mehr zu sagen und ich glaube, wir haben hier abgeliefert. Das sollt ihr entscheiden. Schreibt uns da gerne Kommentare. Ihr könnt auch gerne, jetzt mal über Leitung, wenn ihr mit uns reden wollt, könnt ihr auch gerne zu unserem Discord-Channel kommen. Wir haben einen, ja, Community-Server. Einfach, nee, Tele-Stammtisch, nee, tele-Stammtisch.de slash Discord. Da findet ihr uns. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da könnt ihr mit uns über Serien sprechen, über unsere Podcasts, über Filme reden oder sonstigen Quatschen machen. Und wenn ich gerade dabei bin, wir haben auch eine eigene Webseite, tele-Stammtisch.de. Da findet ihr all unsere Besprechungen und noch vieles mehr. Es tut mir leid, ich habe jetzt, ich bin so im Unmod-Modus. Es kommt so, es platzt dann einfach aus mir raus wie so ein Alien. Sorry. Ja, und bevor ich dann die Sauerei gleich wegmachen darf, wer jetzt so richtig in Stimmung gekommen ist zum Alien-Franchise und sich denkt, oh, ich mache nochmal ein Rewatch, bevor ich ins Kino gehe, dann könnt ihr auch beim Tele-Stammtisch noch weiter zu Alien zumindest hören. Denn welche aus unserem Team, die mittlerweile leider nicht mehr dabei sind, haben in der Corona-Zeit mal die Gunst der Stunde genutzt und wirklich alle Filme des Alien-Franchises besprochen. Also wirklich vom Ridley-Scott-Urgestein bis hin zu Covenant und was die dazu zu sagen hatten oder aber auch nicht gerne reinhören an der Stelle. Ja. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Aus wessen Brust das Alien jetzt springt, entscheidet ihr da draußen. Aber ich glaube es du, werden wir jetzt eine Weile nicht mehr hören. Ja. Sorry, ich habe versucht, irgendwas Süßiges zu sagen, aber mir fällt einfach nichts mehr heiß. Tut mir leid. Ich bin durch. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit im Kino und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus